Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hanna's Queste. So, wir machen uns auf die Suche. Schmied haben wir alle. Wir könnten ja mal wieder mit Ben sprechen, der wahrscheinlich inzwischen unterm Tisch liegt. Völlig zugezechst und hackgestramm durch gute Bärenmarke-Milch. Iks! Oh hi Ben, I didn't know. Oh. And then the cowering thief turned and said. Uh oh. Oh dear. Uh, no. No, he said neither of those things. Whose story is this anyhow? Hold on, hold on. Uh oh. You two know each other? Hi Anne. Uh. An innocent friend of mine. Who isn't Anna the wanted girl. Ah. Y-yes. Yes, hello mister. Who is a normal friend of mine and not a bear. Hahaha. Who is a young girl wanted in the area that looks just like you? Oh, like me? But I'm just a completely innocent girl. Hahaha. An innocent, not guilty girl, you say? Say. Hey, you haven't seen a girl that actually is guilty then, have you? Hahahaha. We can't find the last anywhere. About the same age as a man or a man or a man. You might have to miss, I imagine. Oh. Yes, yes, I imagine so too. No, definitely no bear friends. Haha. A friend for a bear. How strange. Strange indeed. But dangerous. So don't approach them if you do see them, you hear? Now, where was I? Ah, darn it, I don't remember. Hmm. Hm. 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 Vielleicht sollten wir mal... Was haben wir denn? Ich habe schon ein wenig mit Schutztorben experimentiert. Stimmt schon, niemals wird deine Hexe dann größer reichen. Spruchlicht verrät's. Dann, dann, dann. Hm. Mal versuchen. Auf die einfühlsame Weise. Äh. Eigentlich müsste man die doch mit dem Couch vom Berg zusammenbringen, oder? Okay. Äh. Da, 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 da. X-Wirna rausfinden sollst. Stimmt schon, wenn du die Spruch hier... Ne? Säuft's. Äh. Du bist richtig. Niemand könnte ever be as great a witch as you are. Exakt. Exakt. Wait. I see your tricks, rotten child. I'm not falling for them. I'm not. Hm. Maybe not quite the right approach. Okay. Okay, 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 okay. Vielleicht nicht die richtige Reihenfolge. Das heißt, wir müssen jetzt hier wirklich herausfinden. Ich bin auf deiner... Ah, vielleicht hätte ich, ich bin auf deiner Seite als X-S-D-Müssen. Äh, Kai, versuchen wir's mal. Also, das schien ja richtig zu sein. So. Hey du, ich bin noch auf deiner Seite. Ich bin auf deiner Seite, du weißt. Ich verstehe es. Ich glaube, beim ersten Mal müssten wir... Falls es dies die Lösung ist und ich könnte im Moment davon ausgehen. Oder gehe davon aus, dass wir sie irgendwie vertrissen müssen. Da waren wir wahrscheinlich ziemlich nah am Ende dran. Ich hätte... Und ich glaube, ich habe sie jetzt letztes Jahr bedroht. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Ha! Like me? K-k-k. That's impossible. You'll never be as great as being a witch as me. No one will. Ja, ja, das ist schon recht, ne... Stimmt. Niemals wird eine Hexe deine Größe erreichen. You're right. No one could ever be as great a witch as you are. Hmm. See, you're finally getting it. For a dirty rotten good for nothing child, You're not completely stupid. If you keep at it, You could at least be a slightly not completely terrible witch. Maybe. Okay. Aber ich habe doch auch schon ein bisschen damit rum experimentiert. Have you seen the same? Do you think I could figure it out? K-k-k. Figure it out? You're starting to see how great I am. What do you think? Oh, it's true. I admit, you're just way too good a witch. There's no way I could hope to know such brilliant spells as yours. Right. Exactly right. I remember everything in my clever, clever brain. And no one knows except me. Ja, mit welchen Spruch hast du es denn? Trinero? Okay, wir haben sie ausgetrickst. Doch, doch, doch. Kurses, kurses, kurses. Well, whatever. You didn't hear it all, so it's useless. So, ha! I'm never talking to you again and you'll never hear the rest. So, jokes on you. Okay. Aber... Ja, verrotte du mal ruhig hier drin. Ja, die Sorceress, der ich so überhaupt nicht traue. So über, überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal, warum. Das ist so eine Frau, die hat einfach etwas an sich. Der kann man nicht trauen. Wenn man ehrlich ist. Der Eule, vielleicht. Der da, ich weiß nicht, wieso. Sie hat etwas, äh, zwischen diesen beiden Gesichtern, äh, was mir irgendwie überhaupt nicht vertrauensvoll ist. Ja, ich glaube, ich habe wenigstens ein bisschen was von der Beschwörung. Gut, gut. Spellbook, Spellbook, dost thou see? The best recipes for children are bound within thee? There's not a cookbook or... And that was it. That's all I could get from her. Oh. Ha! Oh my, so simple. Though I should have expected as much as to be a Millwitch. It's an owner's enchantment. Meaning it has been given the mind to look after the Millwitch. You just need a chant to remind it of why it should be helping you instead. Oh, really? I have to make the book feel bad for me? Uh, sure, something like that. The chant to break it is as follows. So listen, close child. Spellbook, Spellbook, dost thou see? My cursed grandpa is waiting for thee. There's not a more powerful Spellbook in sight. Teach us the cure from your page is so white. That's it. Speak those words and the book is yours. Okay. Ja, zaubern für Reingefallene, würde ich mal sagen. Sollte dann wohl mal die Objekte besorgen. Jawohl. So, und jetzt bin ich... Ah, keine philosophischen Ergüsse von... Ähm... Also ich möchte die Zauberin eher Hexe nennen. Ich weiß nicht mal warum. So, zur Mühle bitte. Oh,iße. Da 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 da. Na, júc na, júc na, júc na, júc na, júc noe. Right. Let's see if this works. Ahem. Spellbook, Spellbook, dost thou see? My cursed Grandpa is waiting for thee. There's not a more powerful Spellbook in sight. Währenddessen, schau, ich wäre jetzt gerne nochmal runter zur Hexe gegangen, aber vielleicht können wir es da hin. Ben tut mir fast schon leid. Oh, ja, das stimmt. Die Geschichte wird besser jedes Mal, ich denke. Oh, schade. Wir konnten der Mühlenhexe nicht mehr noch das Buch unter die Nase reiben. Das hätte ihren Hass auf Kinder bestimmt noch mehr verstärkt. Ja, das stimmt. Das ist alles. Wir haben alle Sachen, endlich. All right. Und wir können jetzt den Cure machen, oder? Indeed, ja. Hahaha. Eine Cure, indeed. Let's begin. Okay. Ich trau ihr nicht. Und jetzt noch weniger? Oh Gott, ist das wie ein Friede. Es ist Winfriede. Dungeons. Und die Dröchen hatten wir ja auch schon. Yay! Äh, aber trotzdem. Despite all of Annas brave efforts, the witch's trickery prevailed. All was for Winfriedas gain. And now somehow, the witch's command, the guards tore the newly forged friendship apart. Plead as she might, the girl was taken away and locked in the depths of the darkest of dungeons. So sieht die Wache zumindest aus, als wenn die solche Töne von sich geben könnte. Oh, wir sind mal wieder in der Traumwelt. Oh, du bist zurück aus der Village. Anna, wo warst du? Grandpa, wir haben das schon gemacht. Du kennst, wie ich fühle mich an, dass du hier draußen bist. Aber ich bin gut. Du musst nicht so viel rischern. Ich mache. Ich mache wirklich. Oh, wenn du nur wusste, was du außerhalb des Farnes stehst, was es in der Welt gibt. Ja, da sieht man, dass es dir gut geht. Das sieht man. Okay, aus dem Schillerhang. Äh, er ist beim Kabin. Wo? Kabin. Okay. Kie, Kie. Wo ist es? Oh, ich sehe es nicht. Ah, hier. Ja, der Großvater hat auch die Kräfte. Das haben wir ja schon festgestellt in der Geschichte bisher. Und dass einer dadurch begabt ist. Und ich bin sehr gespannt. Und das ist hier die aufgefallen oder sie... Oh, das ist alles normal, ne? Ja, schnell. Guck, guck. Ja, vertraue niemals komisch wirkenden Frauen. Tut es nie, liebe Kinder. Es sind häufig Hexen. Okay, okay. Das Mädchen und der Teufel. Kapitel 4 sind wir schon. Ey! Das heißt, sie haben jetzt mehr oder weniger die Hälfte durch. Sorry, Opa. Ich habe nur geholfen, aber... Aber all ich habe getan ist, habe ich etwas schlimmer. Ich habe nur geholfen Frieda mit irgendwelchen Wicked-Planen sie hat. Und jetzt... Ben ist weg und ich... Ich weiß nicht, wo sie ihn hat. Ich kann ihn nicht mehr schützen. Ich kann dich nicht mehr, Grandpa. Ich sollte mich mehr bemerken, wie du sagst. Ich sollte mich hören. Ja, man sollte auf Erwachsene hören. Jetzt schnüffle ich ihn nicht so rum. Das riecht bestimmt nicht allzu gut hier. Äh, in dem Verlies. What? Anna? Anna, ist das du? Gott, Anna, schau. Die alte Hexe hat ihren Großvater auch hier einen Kerk anlassen, oder? Wer ist da? Oh, mein Gott. Du schäu, schäu, schäu. Oh, dann ist es wirklich passiert. Winnfrieda muss bereits trittet den König. Das nur bedeutet... Hey, old man. Quit your yapping. Winnfrieda? Aber... Aber wie wissen Sie all das alles? Wer bist du? Anna? Listen zu mir. Du musst dich stärker sein. Ich weiß, dass Dinge zu sterben sehen. Aber es ist noch Hoffnung. Ich weiß alles über dich, mein Lieber. Hm. Wer ist das? Der wirkliche Magier von Wunderhorn vielleicht? Ich sagte, schau. Ich habe dich verraten. Aber Herr, ich bin in einer Prisade. Was kann ich jetzt tun? Telekinase, Tür auf, sprengen, Ding. Was ist das überhaupt? Ein Goblin, glaube ich. Weniger. Oh, gar nicht. Wahrscheinlich wird es ein Goblin oder sowas sein. Dem Wächterpunkt. Irgendwie umhauen und ja, flühen. Das klappt schon. Wir werden einen Weg finden. Wunderbar. Wir werden es auf jeden Fall schaffen, Anna. Ganz, ganz sicher. Oh, man hat uns alles abgenommen bis auf das Porträt. Ach, das durften wir behalten. Oh. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich jetzt nicht gesehen habe, was er da gerade gemacht hat. Ja, wir werden es bestimmt noch mal sehen. Ich sage, vielen Dank fürs Einstellungszuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Anna's Quest. Ich gehe kurz, wo mir... Tschüss.